Schön euch zu sehen. Wir befinden uns hier gerade an der Goldbergstraße 93 in Gelsenkirchenburg, auch bekannt als das Annette von Roste-Hülshoff-Gymnasium. Ich bin der Josef Höser, GDEF, das ist die 10. Klasse, und bin Schülersprecher. Ich werde euch heute helfen, einen kleinen Überblick über unsere Schule zu bekommen. Fangen wir mit den Fahrradständern an. Die sind auch schon hier rechts von uns. Und links von uns ist der erste Eingang, zu dem wir jetzt mal gehen werden. Bevor ich es vergesse, ihr müsst euch erst mal entscheiden, welches Hauptfach ihr als erstes sehen möchtet. Ihr habt die Auswahl zwischen Deutsch, Englisch und Mathe.